hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder eure sandora und euer fleck ja und der fleck darf heute mal länger wach bleiben nur ein ganz klein wenig und zwar um mit euch die auslosung für arch angel hellfire zu machen genau da verlosen wir ja ein steam key genau dafür musstet ihr uns ja in die kommentare schreiben warum ihr ein mech gerne steuern möchtet oder was euch halt an den mechs fasziniert genau da würde ich auch sagen spannen wir euch nicht lange auf die folge und ziehen gleich mal pick a winner und dann picken wir mal los und dann drücken wir euch die daumen drücken nochmal genau pick gurkenking 354 ich will aber gar kein mech steuern haha nee ich brauch es eh nicht ok schade gut hätte es gewonnen genau gurkenking hieß es nicht eigentlich curry king das war was anderes curry king ok guten guten king ja gut ja dann würde ich sagen ziehen wir gleich den nächsten ja ziehen wir und pick another nochmal oh will aber jemand das spiel doch haben doch wohl haben was und nochmal simplicius simplicismus ok haben früher gerne mal battle tech gespielt seitdem träumt man doch davon so ein ungetümer zu steuern mech warrior 2 war es glaube ich auf der psx das mich auch gefesselt hat und da ich keine motion sickness kenne ist das ja nun pflicht es auch in der virtuellen realität zu spielen ja dann sagen wir jetzt herzlichen glückwunsch jetzt kannst du es in der virtuellen realität mal ausprobieren genau und es macht eigentlich verdammt viel spaß ja riesen ungetümer mit dem da rum zu stampfen ist noch mal was anderes wie es halt flat opfer psx zu spielen oder am computer zu spielen so mittendrin essen ja und motion sickness hatten wir eigentlich überhaupt gar nicht also er sagt er erkennt er kennt sie auch nicht aber da hatten wir auch nichts eigentlich aber wir sind da ja auch ziemlich abgehärtet was das angeht ja aber ich würde sagen also ja wie gesagt du hast wie alle anderen auch sieben tage zeit dich bei uns zu melden wir werden also per discord e mail facebook wie auch immer also wir schreiben alle kontaktdaten wieder und das video schreiben wir wieder rein genau und dann melde dich bitte über uns damit wir dir den key zukommen lassen können genau ja und dann würde ich sagen dann hören wir uns wieder beim nächsten mal tschau